Na dann bin ich vielleicht wieder Livestreamer und komm nicht mehr zurück. Kommt nach dem Rauch und nicht mehr ist gestorben, alter Hammer. Hier steht beide hier hinten, Ball ist vorne, keiner da. Ja, komm. Alter, ich hab wegen der Rauchwolke den Ball nicht mehr gesehen. Alles schwarz. Na komm, geh ran. Danke. Ja, fuck off. Das war knapp. Alter, wollen die mich jetzt verarschen? Lol. Ich hab minimal gestriffen, alter. Alter. Das ist eh das beste. Der Ball fliegt hinten in die Ecke rein, Mittelfeld, was? Ja. Oh no. Ach, scharf. Oh mein Gott, alter. Nein, mein Boost ist leer gegangen. Nein. Hätt's schon mal gelassen, da hätt ich einen Fall Rückspiel gehabt. Oder? Ich guck mal von der Seite. Ja. Glaub's ja nicht. Nicht? Konnte man schlecht sehen, ganz kurz nur. Und dann weiß ich nicht, wie schnell er gewesen wäre. Wenn du Pech hast, hätte dann vielleicht sogar noch einer rausgeholt. Der Voll. Jawohl. Du hast mir den Ball geklaut. Sag mal rein, sag mal rein, sag mal rein, sag mal rein gemacht. Der. 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 Das kann es nicht sein, genau wie bei einem Arsch, Alter. Ja, komm, Alter, jetzt finde ich mich verarscht. Schöner Bus, ich habe geguckt, dass er nur irgendwie in die Mitte geht. Ja, ist ja Hauptsache. Lass ihn, so ein Wichser, kriegt er den. Ego Schwein, anstatt mal eine Vorlage zu machen. Da, guck mal, und wo bist du? Nicht in der Nähe, weil ich kein Bus ist, weil ich gerade neu starten musste. Und da, guck mal, und wo bist du? Boah, ich freue mich auf meine Zigarette. Ja, dann sag ich mal, bis gleich.